Die Employee Pages bieten vielfältige Möglichkeiten, sich mit Datenquellen zu verbinden und Daten auszutauschen. Über die Schnittstelle HR OCIS 6.0 ist zum Beispiel die Anbindung eines SAP-Systems möglich. Nachdem die Mitarbeiterdaten nun importiert wurden, sind die Beziehungen zu anderen Personen bereits vorhanden. Nun werden die restlichen persönlichen Daten noch voll in das Profil eingepflegt. Dazu wird nun zuerst ein Profilbild eingepflegt, wobei alle gängigen Formate unterstützt werden. Nun werden die persönlichen Merkmale ergänzt. Zuerst die Jobbeschreibung, dann die Qualifikationen, und die Schulbildung. Zu guter Letzt noch die Hobbys und die beherrschten Sprachen. Nun wird das Profil noch um zwei persönliche Dokumente ergänzt. Diese können nun von anderen Mitarbeitern eingesehen werden. Nun wird die Tag-Cloud erstellt. Hier werden die wichtigsten Merkmale eingetragen und somit anderen Benutzern einen schnellen Überblick über die eigenen Skills gegeben. Entsprechend der Skills, die man hat, ist es möglich, die verschiedenen Tags in verschiedenen Größen darzustellen. Damit kann sich jeder basierend auf seinen Skills eine Tag-Cloud erstellen, die es anderen ermöglicht, schnell Experten zu finden. Und zu guter Letzt wird nur noch ein Link auf das derzeitige Projekt gesetzt. Wie man sehen kann, wurde das Profil in kürzester Zeit vervollständigt, durch eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit Änderungen durchzuführen. Vielen Dank.